Frau Meier backt nen Kuchen, sie rührt ihn vorher an, die aller feinsten Sachen und Liebe tut sie dran. Sie schiebt ihn in den Ofen, holt ihn nachts um den Raum, er ist dir gut geraten und freudig tut sie aus. Oh, wie bist du schön, oh, wie bist du schön, sowas hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. Oh, wie bist du schön, oh, wie bist du schön, sowas hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön. Der Max sagt zu Marienchen, willst du mich nicht verlieren? Dann geh mal zur Friseuse und lass dich uns frisieren. Marienchen sagte, bitte, komm ganz auf neun heraus. Und Max, wie voll enttücken, weißt du, jetzt sieht er herrlich aus. Oh, wie bist du schön. Oh, wie bist du schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, wie bist du schön. Oh, wie bist du schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Der Heinz trinkt gerne ein Fläschchen und manchmal sind doch mehr. Sein Frauchen kennt ihn lange, geht meistens hinterher. Da ging er mal alleine, es gab ein Sturmgebrauch. Als ihn so erblickte, da wackelte das Haus. Oh, wie bist du schön. Oh, wie bist du schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Oh, wie bist du schön. Oh, wie bist du schön. So was hat man lange nicht gesehen, so schön, so schön.